WOLFFUS Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können, da ist alles drin Und jetzt geht's los Das ist die heutige Aufstellung der Gastgeber in diesem Spiel Frederic Renault ist im Tor Christopher Trimmel spielt mit Jérôme Roussillon in der Abwehr Janik Haberer steht gemeinsam mit Rani Khedira auf den Zentral Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit Jetzt die Chance Den Freistoß setzt er in die Mauer Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopfball Nein, da war einfach zu wenig Druck dahinter So kann der nicht gefährlich werden Ja, dieser Ball kommt nicht an Da bekommt er Unterstützung Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe Das sieht durchaus vielversprechend aus Toller Zweigampf Ja, mit viel Übersicht Hätte was werden können, aber da kommt der Lauf einen Moment zu früh Und die Konsequenz heißt abseits Durchaus eine riskante Spielweise dieses Lauern Sie wollen diesen einen Schritt schneller sein Das geht oft schief, so wie hier Aber wenn's klappt, dann ist die Chance da Geht einfach vorbei Vom Flügel zieht er jetzt nach innen Sie können den Ball erstmal ablocken Das ist beeindruckend Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass Und das mit einer solchen Sicherheit Sensationell Jetzt können sie kontern Der Ball ist weg Aus dieser Konterchance können sie nichts machen Ja, guter Pass Da klatscht der Ball an den Pfosten Ecke kommt rein Gefährlich Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein Das ist die Chance zum Führungstor Ball ist drin Der erste Versuch wird noch gut gehalten Aber dann gibt's nichts mehr zu halten Das ist dann zu stark Nachschuss Tor Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an Die erste Chance ist noch klasse pariert Aber dann die nächste Chance Und die wird genutzt So, da hätten wir also das 1 zu 0 Mal sehen, wie es hier weitergeht Schiedsrichterin geht Vorteil Und das ist auch genau die richtige Entscheidung Die lassen den Ball da jetzt gut laufen Aber jetzt verlieren sie doch den Ball Da hat dann doch die Präzision gefehlt Gute Ballführung Und das will er jetzt alleine machen Super Tackling vor Abwehrspieler Ich glaube sie sollten ihn rausnehmen Das sieht nicht gut aus Guter Einsatz Ball ist weiter im Spiel Könnte gefährlich werden jetzt Ball draußen wird Einwurf geben Da haben sie den Ball Gut gemacht Wird das eine Torchance Geht mit Einwurf weiter Sie bringen den Ball in den Strafraum Sie bekommen den Ball nicht weg Da muss er hin und holt sich den Ball Das Foul wird natürlich abgefügt Keine Karte Auch wenn es durchaus gelbwürdig war Weiß er auch Aber beim nächsten Mal sieht er die Karte 100% Vielleicht sollten sie ihn runternehmen Die Verletzung macht ihm wohl doch zu schaffen Setzt diesen Ball knapp daneben Becker Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance Da haben sie natürlich keine Probleme Das war eine Riesenchance Da müssen sie mehr draus machen Hartes Einsteigen Ich glaube für diese Aktion sieht er gelb Nicht überraschend Dass er jetzt die gelbe Karte sieht Nein Nein Er wurde vorhin bereits ermahnt Und jetzt ist er fällig Sie stören früh Da ist der Ball Sofort die Entscheidung Durch die Schinzrichterin Gibt Freistoß Und hier wird es jetzt Zwei Minuten Nachspielzeit geben Ganz stark vom Torwart Das sah gefährlicher aus Aber der Ball ist erst mal weg Schiedsrichterin gibt den Elfmeter Jetzt können sie die Führung erhöhen Der Straffluss ist drin Den hat er Klasse verwandelt Hier die Wiederholung Da sieht man schon beim Anlauf Wie entschlossen das Ganze über die Bühne geht Und dann der Ball unten im Eck So, wir hören's Pausenpfiff Das war's für den ersten Durchgang In diesem Spiel Er macht heute ein richtig gutes Spiel Er hatte hier schon einige gute Szenen Also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme Die Schiedsrichterin pfeift wieder an Wir gehen rein In Durchgang zwei Auf außen ist Platz Gibt Ecke Die Ecke kommt Erstmal geklärt Da kann er ihn stoppen Wenn's jetzt schnell geht Dann wird's gefährlich Aktion läuft weiter Nach wie vor gefährlich Gefährlich jetzt Ganz spannende Szene Was für eine unglaubliche Parade Ah, Wolf Eine Riesenszene Fantastischer Reflex Den hab ich schon drin gesehen Da kommt die Ecke Ah, halbherzig Das ist nach wie vor gefährlich Geht er rein Nächstes Tor Und jetzt beträgt die Führung schon drei Tore Sie hatten natürlich die Chance Diese Szene zu unterbinden Aber ja, dieser Befreiungsschlag ist zu schwach Und dann darfst du dich nicht wundern, wenn der Treffer fällt Das war dann schon eher eine Einladung Spätestens jetzt wird's eine ziemlich klare Angelegenheit 3 zu 0 Flacke kommt ganz weit Das ist das Tor Mit dem Kopf hat er es gemacht Nochmal das Tor Da kommt die Flanke Und das ist einfach nur Ein exzellenter Kopfball Deshalb ist er da vorne drin So wichtig Und jetzt erleben wir hier den Wechsel Nach diesem Treffer steht es nun 3-1 Fallschluss gibt's Aber vielleicht auch eine Verwarnung Keine Karte Auch wenn es durchaus gelbwürdig war Weiß er auch Aber beim nächsten Mal sieht er die Karte 100% Den Ball Helder war am Ende auch mehr oder weniger mühelos Union kann es über außen versuchen Was macht er draus? Macht er ihn? Ja, er macht ihn! Ja, er macht ihn! Also wenn er von da abschließen kann Dann macht er das Ding Ist ja keine Frage Treffer aus kurzer Distanz Kein Schnurzig 4-1 jetzt also Er passt gut auf und hat den Ball Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf Gefährlich, immer noch Und das nächste Tor Das ist natürlich stark Sie lassen nicht nach Erhöhen damit auf 4 Tore Vorsprung Hier nochmal die Wiederholung des Tors Wir sehen den Konter Und dann lässt er sich das nicht nehmen Wenn er aus so kurzer Distanz Zum Abschluss kommt Er macht ihn weit 5-1 jetzt also der Spielstand Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen Das sieht nicht gut aus Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen Ball fliegt hoch ein Aber dann gelingt es ihm doch nicht Etwas Zählbares aus diesem Angriff mitzunehmen Das gibt ein Wurf Bart Newcope Gebt Vorteil nach diesem Foul Der Ballverlust Das muss Freistoß geben Klare Entscheidung der Schiedsrichterin Erstmal geklärt Rani Khedira Ob er sich schlimmer verletzt hat Es wirkt zumindest so Ah, da ist der Ball weg Der Blick auf die Uhr 9 Minuten bis zum Ende Jetzt gut dazwischen Weg ist der Ball Janik Haberer Rani Khedira Gut dazwischen gegangen Jetzt vielleicht die Chance für den Konter Gute Grätsche Sie haben den Ball Jetzt gibt es den Endspurt 3 Minuten Nachspielzeit Siebert Schö Er ist weiter am Ball Abwehr tut sich schwer Gefährlich jetzt Eckball Gitz Und jetzt erleben wir hier den Wechsel Die Ecke kommt rein Da hören wir den Schuss Die Gastgeber haben dieses Spiel Also gewonnen Sie haben das heute super gemacht Wann perfekt eingestellt Und konnten diese Partie Jederzeit dominieren In der Form Die er heute gezeigt hat Ist er natürlich unverzichtbar Für die Mannschaft Ganz toll Also überragend Hat mich total überzeugt Und das nicht nur Wegen der beiden Treffer Beide Mannschaften sind bereit Es geht los Ja guter Pass Da klatscht der Ball an den Pfosten Ecke kommt rein Gefährlich Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein Ball ist drin Der erste Versuch wird noch gut gehalten Aber dann gibt es nichts mehr zu halten Selbst diesen Ball knapp daneben Nicht überraschend Dass er jetzt die gelbe Karte sieht Nein Er wurde vorhin bereits Jetzt können sie die Führung erhöhen Der Strafschuss ist drin Gefährlich jetzt Was für eine unglaubliche Parade Ah Wolf Eine Riesenszene Fantastischer Reflex Den habe ich schon drin gesehen Da kommt die Ecke Ah halbherzig Das ist nach wie vor gefährlich Nächstes Tor Und jetzt beträgt die Führung schon drei Tore Das ist das Tor Mit dem Kopf hat er es gemacht Macht er ihn Ja er macht ihn Jetzt nimmt das alleine mit allen auf Gefährlich Immer doch Und das nächste Tor Das ist natürlich stark Sie lassen nicht nach Erhöhen damit auf vier Tore Vorsprung Das ist natürlich stark Das ist natürlich stark